Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Dino-tastischen Folge Jurassic World Evolution Wir sind jetzt dabei, heute 5 Sterne zu bekommen Ich hab ein bisschen das Chaos hier weggemacht Zaun repariert, Dinos wieder reingemacht Jetzt ist wieder jemand gestorben Oh! Hier oder was? Verhungert, oh, ja gut Bei ihm ist es jetzt halb so wild tatsächlich Weil er ständig ausgebrochen ist und mich sowieso genervt hat Trotzdem ist es ärgerlich Weil jeder Dinosaurier, der stirbt, ist ein Stich in mein kleines Herzchen Oh, wie süß! Hä, ich kann ihn nicht mal wegmachen Muss doch hier irgendwo sein Hä? Okay Ja gut Soll mir jetzt egal sein T-Rex ist auch gestorben Unser kleiner Ceratosaurus Der hat's ganz schön in sich Ja, ihr seht's Ich hab die zwei Brachios auch jetzt hier rausgeholt Also hier in dem Gehege ist jetzt ordentlich was los Ich hab nur Angst, dass es hier vielleicht zu viel wird Durstig Ja gut Da hast du ja mehr als genug Diplo haben wir jetzt auch hier Groß Dinosaurier kann ja nicht viel passieren Und wenn Dann gibt's für dieses Punkte Okay, Diplo ist voll Diplo ist voll Super Alles was voll ist, ist gut Maiasaurus noch nicht voll Choritosaurus zwei Prozent Vielleicht kriegen wir das jetzt auch noch hin Müssen wir mal gucken Ich will mich jetzt In dieser Folge die fünf Sterne Oh, das sieht so geil aus Ich will diese Langhälte hier langlaufen Ich find das so geil Einfach nur Ja stimmt, hier mit Cleveland Das muss ich ja jetzt auch noch machen Aber Ich hab wieder nicht geguckt Wie ich ein Dinosaurier verkaufe Unterhaltung bevorzugt Nächste Freischaltung Kriegt Tonsaurus Ja, das wär geil Seh ich gar nicht Nee Hierzu Dinosaurier ist immer super Wenn ich die bekomme Darauf bin ich heiß Hm Nervt's, dass der Bildschirm die ganze Zeit anzeigt Kein Ton im Hintergrund Kein Ton im Hintergrund Das Ding leuchtet die ganze Zeit Gut, jetzt ist es weg Es ist zwar nur rechts Und springt immer rauf und runter Aber es nervt so unendlich Muss ja nicht sein So T-Rex Machen wir uns jetzt einen neuen Aber nicht in dem Gehege Eher in dem hier Verfault Okay, dann verfault mal bitte Nein Alter 4,6 Millionen Einfach mal 4,5 Einfach mal Tschüss Bei 100% War jetzt ein teurer Spaß Ehrlich gesagt Okay Okay, das haben wir auch gleich auf 100% Das ist super Also am Ende Dieses Let's Plays Wird so sein Dass ich immer weniger Natürlich hier forschen werde Weil wir dann alles haben Und dann sehen wir Nur noch Dinosaurier Darauf freue ich mich Im Moment ist es halt so Sie folgen hauptsächlich Daraus bestehen Dass ich hier hin und her switche Das weiß ich Es ist aber auch zum Teil So gewollt Weil ich ja hier weiterkommen will Sonst müsste ich das alles Offline machen Und Das wäre schwierig Weil da wüsste ich nicht mehr Was ich zeigen soll Ich möchte euch eigentlich Das Let's Play Komplett zeigen Alter Zwei Fehlschläge Aber ist natürlich auch klar Dass ich nicht alles Zeigen kann Wie ich möchte Habe ich den Mayasaurus Schon mal gezeigt? Reagiere auf Nachschubanfrage Ja Schnell heilen Fehlendes Grasland Geh 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 recht jetzt? Ich meine, wir haben ziemlich viel Wasser hier. Hier können wir auch noch ein bisschen Wasser wegmachen. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn das Futter jetzt hier gleich leer ist und der T-Rex hier gleich austickt. Es ist ja unser letzter T-Rex. Wie einfach mal so gerochen hat. Oh, ich werde beobachtet. Na, 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 na. Galliminus. Gib mir einen Kuss. Cool. Dann ist das Iguano dann auch gleich fertig. Ja, wir meistern jetzt natürlich viele Sachen auf 100%. Und ich werde jetzt alles nach Cleveland schicken, was geht. Damit ich den jetzt durch habe. Okay, ich kann ein paar T-Rex wieder machen. Raus mit dir. Raus mit dir. Ähm, äh. Warum? Warum? Ich will doch nur diesen halben Stern. Diesen verdammten halben Stern. Bestätigt. Oh. Falsche T-Rex. Bestätige Aufgabe. Kann sein, dass zwei Zäune kaputt sind. Reparaturanfrage bestätigt. Okay. Alles gut. Tino verkaufen. Irgendwie muss das ja gehen. Sch combater? Tschüss. Frage ist halt wo und wie und warum was und 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 Nächster Versuch bei einem T-Rex. Ich darf dann nur nicht sterben. Jetzt wird's langsam echt teuer. Ich find die immer noch cool. Maja Saos. Ja, mein neues Mikrofon kommt tatsächlich in zweieinhalb Wochen. Ach, das ist eins, ja. Kriegst du gleich noch ein. Nee, es kommt in zwei Wochen. Ich freu mich schon richtig drauf. Endlich Standmikro. Ich glaub, das wird gut. Er ist natürlich heiß. T-Rex getötet jetzt zum zweiten Mal. Ich find's halt schade, dass es so ist, dass man hier bei Jurassic World Evolution keine Pärche hat. Ich mein, zum Beispiel, ich mach zehn Raptoren und jagen dann in der Gruppe oder jetzt hier der zweite T-Rex hilft ihm. Ist ja bei Ark genauso. Oh, das fehlt mir so ein bisschen. Es gibt einige Sachen, die mir halt fehlen. Was find ich schade? So mit... Das hab ich ja schon mal gesagt. Ich weiß noch nicht. Ich werd vielleicht da so ein kleines Video mal drüber machen, was mir tatsächlich alles fehlt, was ich gerne hätte. Och, nö. Ich hätte dritter T-Rex, der nacheinander nicht geht. Das kann's aber dann auch nicht sein. Das ist ein bisschen viel. Es sind zehn Millionen, die jetzt weg sind. Ich mein, wir verdienen hier richtig gut, Aber mit 10 Millionen hätte ich mir auch gerne was anderes vorstellen können. T-Rex. Lebenserwartung. 109. Stress. Ich weiß es nicht, was ich da jetzt ändern soll. Das verwirrt mich. Das fällt in der Anfrage zur Fotografie. Die Dinos dürfen ja nicht mal schlafen, ohne dass er frisst und frisst und frisst. Ich habe mich ja gefreut, dass ich die Dino-Aggressivität rausmachen kann. Aber irgendwie... Es geht nur in diesem Offline-Modus. Ah, okay. Die Dino-Aggressivität. Die Dino-Aggressivität. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. So... Einsam. So wirst du bald sehr einsam sein, wenn ich dich... ... einfach sterben lasse. Ja, Sterne, nur noch auf 3. Wegen der Gefahr hier gerade. Das hatte ich jetzt noch nie bei diesem Spiel, das ist heute das erste Mal. Habe ich zu viele Dinos? Wir blüten. Und auch das macht halt keinen Sinn. Er weiß irgendwo in den Reinen, er wechselt sich das gar nicht. Er hat natürlich einen nach den anderen. Er schnappt sich einen nach den anderen. Ich nicht, weil ich immer noch keinen Xenoceratops habe. Ah, 11.000, willst du mich verarschen? Oh, ich werde das. Hier geht nicht. Hier geht noch nichts. Das ist einfach nicht. Oh, da streicht der immer noch hier mal durch die Gegend. Oh, langsam nervt das mit diesem Zaun. Ich würde es echt gerne ausstellen, weil es nervt mich tatsächlich. Sie brechen halt zu oft aus, das nimmt mir den Spaß, bin ich ganz ehrlich. Natürlich, wenn es hier und da mal so wäre, dass sie ausbrechen, dann würde es Spaß machen. Da müsste man halt aufpassen, aber das ist zu viel, too much, too much, too much. Vor allem, wenn man auf 5 Sterne machen will. Und jetzt eigentlich nur noch damit beschäftige, sie zäunigend standzuhalten. Das geht nicht. Das ist scheiße. War hier nicht noch einer. Wenn es auf 50% ist, geht es meistens. Gehen es bewegen sich so langsam gerade? Hm. Ja. 10. 34. 42. 42, der Arme. Keiner will ihn sehen. Ja, das ist gut. Oh, der Arme. 3. 14. Die Arme gehen. 15. 15. 16. 16. 16. 18. 16. 21. 17. 17. 18. 20. Diese Herausforderung sieht interessant aus und ich habe gleich an Sie gedacht. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Nachschiff-Anfrage erhalten. Bestätige Aufgabe. So wollte ich es mal. Unterwitz zur Futterstation. Einverstanden. Hm. 90 Prozent. Es geht nur minimal voran gerade. Ja! Ich liebe dieses Gelegenheit. Genau das! Ich liebe Gäste, wir sind auch erfolgt, einen Tyrannosaurus Rex im Abbau von Meisen zu dürfen. Er zeigt die erste Welle, wo es ist. Alter! Ich glaube, er schnappt jetzt nach ihm. Erste, was er macht, ist Fressen. In dem Bautilus, kommen wir in ein真的是 so gut aus. Das war schon gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Dann kann es immer noch nicht sein. Ich liebe es. Ich liebe es. strumming hier um grasp, Ich liebe es. Dann seid ihr nicht. Ihr könnt ihr nicht. Ich liebe es. Gospel. Es geht damit, die Seasonals zu sprechen. Ich liebe es. Wir freuen uns. auf Futter suche, ja, ja, das seid ihr ja immer. Natürlich. So, da sollten wir jetzt gleich die nächsten 100er haben. Ein Fleischfresser. Ja, ich würde gerne dann noch einen T-Rex machen. Und irgendwie mit 5 Sterne könnte es langsam eng werden. Ich würde gerne das mit den Kugeln machen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Jawoll, Brachio ist fertig. Ja. 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 Ja, toll, jetzt genau in dem Moment darf ich wieder mal einen Zaun reparieren. Ich will nur 5 Sterne, das hätte ich heute so gerne, ich will nicht noch eine Folge machen jetzt, um die 5 Sterne zu machen, das wäre jetzt die 2 hintereinander, es wird Zeit, dass wir in dieser Folge die 5 Sterne knacken. Zum Einsameln des Produkts unterwegs. Die Sterne werden schon wieder immer weniger. Oh, da läuft hier noch einer. Die Sterne werden erst einmal einschlagen. weil das jetzt auf 100 alles auf 100 BN und T-rex Komm jetzt. Ah, Einstellungen, Gameplay. Nein. Mach das Gewinn? Sieht irgendwie nichts aus. Ich weiß nicht, dass sie die nicht funktioniert haben und am Ende trotzdem leider nicht nicht. Lauf weg. Lauf weg. Noch kannst du weglaufen. Lauf, Junge. Noch geht's. Jetzt nicht. Lauf, Junge. Lauf, Junge. Lauf, Junge. Könnte natürlich auch noch ein Hotel bauen. Hey, die Dinger sind riesig. Passt irgendwie nirgends mehr. Leider. Wie nervig, wie nervig. Ich, der ist doch so. Naarger team. Ja. es kommt schon arbeiten zuzusehen das nenne ich unterhaltung ein bisschen mani 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 nicht von sterne sterne ich habe beim forschen jetzt fast alles auf 100 prozent letztendlich die nächste insel vor allem da gibt es spino ich will endlich die nächste insel machen tracorex ist kaputt und 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 neue t-rex raus wir haben wirklich nur noch so ein mini 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 teil wir haben es doch gleich ich Bis hier ein bisschen... Och Nö! Uuuuuhh! Uuuuhhh! Full! Two full firex! VIA-FIGHT! Hier ist eine neue Sicherheitsmission. Interessiert? ACU Transport Team Wo sind die kleinen Vögel? Ich hab doch hier auch... Dingens. Streuse oder wie die heißen. Oder wo nicht? Lust auf eine kleine Herausforderung? Nun, dann sollten Sie sich diesen Auftrag ansehen. Wo ist er? Da. Nachschubanfrage bestätigt. Nachschub ist immer gut. Ich will die Folge jetzt nicht beenden. Ich bin ein wenig, wenig, mini, 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 mini. Ich muss die erst betäuben. Okay. Ach, ich muss die erst betäuben. Okay. Produkt wird eingesammelt. Jetzt verstehe ich's. Selbst rausgefunden. Nice. So, Vogelstrauß. Wo bist du? Eine muss doch jetzt hier lang laufen. Oh, nöööö Hier schonillen Wir sind den einen jetzt schon mal los, der mal ausbricht. 3139, 3200 brauche ich. Und so ein Mini-Teil! Mir fehlt ja noch nicht mal mehr ein halber Stern. Das sollte doch möglich sein. Vorbei. Einer noch. Okay, dann wissen wir jetzt auch schon mal wie das geht. Was soll das verkaufen? Eigentlich ganz easy, wenn man es einmal rausgefunden hat. Ja. 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 Es wird gezeigt wie der wenige. Warum eigentlich? Macht's überhaupt keinen Sinn. Dieser Auftrag ist abgeschlossen und das bedeutet, dass Sie gute Arbeit geleistet haben. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie noch zu einem Star. Rufbelohnung, Restaurant, Besucherzentren. Ihr kämpft auch bis zum Blut. Wo ist das? Hier. Aufgabe erhalten. Bestellte Anfrage für Reparatur-Truppen. Ragen. 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 2.500 nur noch. Es wird ja als weniger. Nervig. Unterwegs um Produkt abzuholen. Bind ich ja mal gespannt. Hm. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Ja, wie mach ich's jetzt? Warte ich jetzt, bis ich fünf Sterne hab? Machen wir noch mal ne Folge? Oder... Häng ich die nächste Folge jetzt dran, wenn ich fünf Sterne hab? Oder mach ich... Erst sag ich einfach, ich spiel jetzt so lang, bis ich fünf Sterne hab und... Nehm dann erst auf. Hm. Ich weiß es grad nicht. Äh, es hängt. Irgendwas bauen. Haben wir für die Gäste irgendwas bekommen? Restaurant. Was für ein Restaurant? Neues Gebäude. Geil. Direkt bauen. Alles, was neu ist, will ich haben. Vor allem wenn's Essen gibt. Restaurant. Produktzustellung bestätigt. Oh. 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 So, wir Sterne sollten jetzt langsam hoch gehen und vielleicht ist das Restaurant genau das, was fehlt. Gerne jetzt creamsantes sehen? Tiston, haben sie ungefähr Hunger? Hunde gest random, lassen sie sich in unserem neuen Restaurant versuchen! Hm. Er legt's mir auch drauf ein, dass er nicht sterbt, oder? Ja. 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 Ich mach das. Nee. Mensch ich mach das. Weil die Erbe kämpft irgendwie alles und jen. Hört auf. T-Rex sind mega teuer, also hört auf. Oh. Ich war ein Cerritosaurus. Da habe ich es eben auch gesehen. Ich will T-Rex. Och nöööööööööö. Wieder ein T-Rex tot. und auch nur wir sind es nur her so hat so fünf minuten wenn es dann nicht klappt dann klappt das auch nicht wir machen jetzt bis der stromausfall ding vorbei ist also ein mini futzelteile das kann es doch nicht sein ist ja alles super die das aure sichtbarkeit ist nur 25 prozent könnte man da was machen äh wer ist das verwirrt mich nicht leute irgendwelche leute schreiben hier im let's play warum gerade jetzt weil das ist verabschied das ist das ist das ist das ist das ist Liebe Gäste. Liebe Gäste, es ist alles andere gehebt. Ja, hier gehen die Sterne wieder runter. Das ist doch schön. Das ist ja super. Das kann so echt nicht sein. Es läuft nicht so mit dem Ausbrüten. Sie wie bei Pokémon Go. Man hat immer nur dieselben. Anfrage bestätigt. Reagiere auf Nachschubanfrage. Reagiere auch immer auf Nachschub. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ich merke schon, dass mit dieser Folge nichts mehr wird. Das ist halt mega ärgerlich. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Mega, mega ärgerlich. Passage zum Einsammeln des Produkts. Anfrage zur Produktabholung. Anfrage zur Produktabholung. dann war es das für diese folge nächste folge ich will die fünf sterne egal wie in diesem sinne bis dann tschüss